Ja, ich hab ne Witch. Ich helfe normal und ich boxe dich. Ich hab da jetzt nur oben einen Hopper drauf gesetzt. Ah, die alte Bitch. Ups, Entschuldigung. ThunderCat! Ich hab mich grad gehauen. Wo bist du eigentlich, dass du der ganze Zeit schlagen kannst? Ah, das sind die Witches. Oh mein Gott. Sind du das nicht weg? Ja, ich bin da ja auch gar nicht. Ich lauf grad hier oben drauf rum. Oh, hier sind keine Kids. Oh, hi Witches! Ah, ich seh, was ist da bloß so ne Blöcke? Enderlilis? What the fuck? Sind voll viele Enderlilis. Hörst? Hm, hab ich gehört. Enderlilis. Ich bin schnell, natürlich. Ich warte die ganze Zeit auch, ey. Das ist halt auch wieder Chaos. Splash Potion! Ich hab Angst. Ganz ehrlich, eigentlich runter zu gehen. Äh, aber ich brauch neue Hosen. Wie war die gleich kaputt? Haben wir noch? ExoMite, ExoMite, ExoMite. Ich hab da nicht wieder gebunden gemacht. Also nicht. Äh, was können wir denn... Haben wir noch Arrows? Ah, ich war auch nicht... Ah, warte mal! Warte mal! Firebucket! Lalalalala! Ich brenne erst mit dem Ausgang aus! Nanananananana! Bist du da unten? Komm mal bitte hoch! Nanananana! 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 Irgendwo fließt das runter. Hast du da unten noch? Oder so? So. Aber die... Den Katzen interessiert das irgendwie nicht, ne? Ja, den Spawner kommt. Hast du das gesehen? Ja. Aber gut. Die kommen so nicht hoch. Erstmal oben gucken. Warte mal. Ich hol mir mal einen Bogen. Unten einmal Wasser. Junge. Werfen die da durch? Ne, das war ich grad. Das ist die Generation. Achso. Da werfen die durch. Ich hol mir einen Bogen. Unten einmal Wasser. Aber in der Waterbucket. Der eine Waterbucket habe ich noch drinne. Äh, irgendwie einen starken Bogen habe ich bestimmt. Ingerne jetzt... Puh. Hahahaha. Diese Scheiß... Bitches, ne? Die sind hart, ne? Ja. Ingerwee Force... Bo.. Deswegen... Ich darf da jetzt erstmal nicht mehr rein. Nee, ich geh schon. Kann ich damit schießen? Deswegen, ich brauch unbedingt Alumai, dass ich ein Herz machen kann. Was ist denn Shortbow, ey? Ja. Bow... Cross Arrow Bow... Iron Longbow... Kann ich eigentlich den nehmen. Ist der gut? Ja, dabei müssen wir gute Bögen haben. Also viele Bögen, die werden wir bekommen. Ja, ich kann den Langbau nehmen. Ist schon okay. Das spannt noch nicht so viel. Kann ich dir noch einen Modifier geben? Einen Modifier... Vielleicht kann ich den mit... Hast du das bei uns mal automatisch jetzt gemacht? Mhm. Was? Aluminium. Hä, wenn du... Wenn du alles reinpackst? Hier. Die liegen alle daneben. Hä? Steh grad nix, aber egal. Und denn? Fische. Hab ihr ihn automatisch, hast einen gemacht. Mhm. Kann wohl sein. Alles bleibt daneben, Jürgen. Kann der auch leveln? Boah, der kann auch leveln was. Der kann auch leveln was. Das Problem ist... Der sammelt das mit... Auf, der schmeckt jetzt daneben. Ja, keine Ahnung. Ähm... Hopper. Vakuumhopper, wenn. Ja, bauen wir Vakuumhopper. Da unten hin. Anders geht's nicht. Ich bin höchstens Vakuumhopper. Ja, ja, klar. Baue ich den eben. Weil das wäre das eines, weil der kann das alles einziehen. Dann können... Dann können... Die haben wir von den Autos... Nehmen wir was, ich... Grave sei noch. Wat? Deutsch? Ja, aus... Autos nehmen wir ja aus Activator da. Keine Ahnung. Ein paar haben wir noch. So, dann bauen wir das ein bisschen um, dass wir... Da mehrere hinstellen. Von den Autos haben wir jetzt noch, äh, sechse. So, da brauchst du aber Clocks. Oder, beziehungsweise du brauchst Whetstone. Oh, ne, Levi. Das bringe ich aber eben mit. Ich hab alles mit. Ich hab alles mit. Ja, okay. Dann müssen wir trotzdem unten auf die Wäsche abreißen. Dann können wir ja schnell wieder wachsen, was los. So. Äh, ne Chest und Item Dinger. Das war doch hier. Ich glaub, wenn wir die Gießkanne haben, dann ist es halt egal, ob die es verdreckt ist. Ja, das ist ja egal. Das ist nur, damit die halt schneller von uns gespawnt sind. Ja, ne Wand hättest du doch lassen können. Nö, nö. Falls eine zweite Reihe kommt. Warte mal. Lass mich mal kurz. Ähm. Da kann die Gießkanne rein. Da kann die Gießkanne rein. Wenn wir noch welche haben, können wir hier auf der Seite noch welche hin machen. So. Dann stell ich das eben ein. Wenn ich auch noch einen hin mache. Was? Da vorne? Ich hab keinen mehr. Sauerst. Sauerst. Und zur Not, falls irgendwas ist, Vakuum Hopper. jetzt geben wir die konfig sag mal gleich wenn die konfig oben ist die konfig mein gott warum kann ich denn auch dass der scherz war jetzt das jetzt muss ich jetzt mal geht aus haben Ich habe den mal geguckt. Jetzt müsste es passen oder nicht? Ich habe dich gar nicht mehr gehört. Ich habe dich gar nicht mehr gehört eben. Wir kamen eben nichts an. Ich dachte, du brauchst auch noch nichts an. 50 Stück haben wir schon drin. Jetzt kann man die Kiste nicht aufmachen, du Schlaumeier. Ja. Mein Gott. Ich habe die Kiste so. Warte. Mein Gott. Ich habe ihn mit auf die Kiste drauf rum. Mach ich doch gar nicht. Insert. Die Dinger da rein. Guck mal, der cheatet doch nur. Jetzt könntest du eigentlich... Du könntest ihn eigentlich da oben schicken, in den Föhn ist reinballern. Der soll die Ingers machen. Die Ingers soll das System automatisch mit dem... Was machst du? Pack die doch da rein. Egal. Verlaufen. Pack die oben jetzt rein. Ja. Du weißt, was du eigentlich am besten an drüben machen musst? Du musst jetzt komplett da... Blöcke drüber machen, damit zum Beispiel... Da kannst du zum Beispiel auch mal Knet anlassen. Solltest du das mal machen? Ja. Ja. Ja, sinnvoll. Was an dir? Boah. Ey, wir automatisieren wir ja alles heftig. Ne, warum? Das ist doch einfach, ey. Soch. Ja. Ja. Wenn ich automatisieren würde, dann würde ich das Ding wirklich an Autocraft... Ne, an das Ding packen. An Ofen, dann an Autocraft da dran klatschen. Dann guck mal, die Hälfte spuckt er nämlich an. An der Seite raus. Das war mir nämlich fast klar, weil wir nur... ...einen Vakuumhopper haben. Der schmeißt an der Seite raus, aber der Vakuumhopper zieht den trotzdem ein. Nein, nein, aber nicht wenn er draußen... ...draußen rumliegt. Seid vor Ort. Ist aber egal, das kann man ja beheben, indem man einfach... ...eine Brücke vormacht. So, 50 Stück sind schon drinnen. So, und solange keine rechte Seite existiert, kommt man einfach komplett lecker davor. Kannst du nämlich mal Knet wieder anhaben, an der Stelle. So. 91, Alter, das Ding ist gleich voll wieder, ne? Ich schwöre, ich mach da gleich... ...eine Autocraft da... ...bets zum Földer ist. Hervor und Demesis. Wir haben Petherrack noch mehr. Oh, was sieht ihr denn hier? Äh, Greaterback. Ja, toll. Cheater. Der würde doch so anschließend sein, ich höre mal einfach... ...bitte gib'n Kopfschuss. Ich höre mal... ...schweige Tiere... ...schweige Tiere... ...schweige Tiere... ...alte Schwede spawnen, die da viel. Vielen Dank. So, ähm, jetzt wird alles in Zermin-System gekommen. Hast du es ordentlich gemacht? Oder hast du Tetherrack gemacht? Tetherrack. Jetzt weiß ich mal eben kurz was auf die Fliege. Tetherrack ist Tetherrack. Naja, ist mir gut. 2.20 haben wir es. Na, Witch, willst du hochkommen? Wo ich die Laufen, wo ich da war, noch reingetan hab. Tschüss. Was geht ab, Knast? Na, entweder sterbe ich oder nicht? Oh, jetzt sterbe ich. What the fuck, ey. Ich darf nur explodieren wieder. Warum wird das nämlich schwer? Das wird immer, immer schwer. Oh, das Material, was wir brauchen. Die Flüssigkeit darf nicht... Oh, und hier ist Quashed Earth. Jetzt weiß ich warum. Und ich bin gleich tot. Da ist Quashed Earth und die Flüssigkeit in den Backkirchen müssen wir aufsammeln. Da müssen wir Blöcke rausmachen. Die brauchen für eine Quest. Okay. Musik 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 Musik